Ich bin beauftragt, Sie darauf hinzuweisen, Ihre Schulden unverzüglich zu begleichen. Ausweglose Situationen Ich brauche deine Hilfe, Mutter. Ich hoffe dir eher auf deine Unterstützung. ergeben oft ungeahnte Möglichkeiten. Du gibst mir was von deinen Sparten und ich mache mehr draus. Von der mittellosen Schauspielerin zur erfolgreichen Geschäftsfrau Es ist nicht rechtens, was sie macht. So viel ist sicher. Irgendwann bricht die Bank zusammen. Die Verführerin Adele Spitzeder Die Verführerin Adele Spitzeder